Der kleine Bilbo sucht ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die dem sensiblen Rüden Zeit zum Eingewöhnen geben. Ausreichend körperliche und geistige Beschäftigung würden ihn sehr freuen. Bilbo ist recht sensibel und in neuen Situationen schnell unsicher. Außerdem ist er sehr bellfreudig. Das Training in der Hundeschule wäre sicher genau das Richtige für ihn. Bilbo freut sich auf euch!